Moin, willkommen in Hamburg-Rahlstedt, etwas südlich vom Rahlstedter Bahnhof. Ihr habt gerade einen Intercity von Burg auf Fehmarn nach Hamburg gesehen. Die Strecke von Hamburg nach Lübeck, an der ich stehe, ist Teil der Vogelfluglinie von Hamburg über Lübeck und Fehmarn nach Kopenhagen. Der nördliche Abschnitt zwischen Neustadt in Holstein und der Insel Fehmarn wird Ende August 2022 geschlossen und umgebaut. Die Strecke soll für mehr Züge ausgebaut werden, denn nach der Eröffnung des Fehmarnbelt-Tunnels in einigen Jahren sollen dort wesentlich mehr Züge fahren. Aus diesem Grund fuhr am ersten Wochenende im August 2022 ein Sonderzug mit zwei No-Hub-Dieselloks, um noch einmal eine Fahrt auf der alten Vogelfluglinie zu bieten. Ihr seht ihn gleich am Ende des Videos. Viel Spaß beim Ansehen! 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 Vielen Dank.